Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind mitten in so einer Phase, wo Call of Duty halt scheiße ist. Warzone ist scheiße, Rebirth Island oder Shika Island, wie es heißt, ist so... Ja, die Streamer sind von abgehauen, das sagt irgendwie alles. Also die, die wirklich nur, nur Warzone streamen, die spielen jetzt alle ranked. Ranked, kommt ein separates Video, morgen oder übermorgen. Ist komplett vercheatet, also gefühlt und nicht nur gefühlt. So, es sind glaube ich von den Top 250 gestern 87 Spieler gebannt worden, was einfach ein Drittel ist. Oder mehr sogar als ein Drittel. Oder ziemlich genau ein Drittel eigentlich. Die sind gebannt worden, weil sie mit Wallhacks und Aimbots gespielt haben. Jeder cheatet in Ranked anscheinend, seit Jahren, warum auch immer. Man gewinnt ja kein Geld oder sowas. Und jetzt ist ja diese Phase, wo wir eigentlich gedacht haben, jetzt in den nächsten Wochen kommt irgendwann dieses DLC, wovon andauernd alle gesprochen haben, wo dann originale, alte MW2-Maps mit reinkommen sollen. Und an und für sich wäre das zumindest der Hoffnung schon mal gewesen, dass man mit dem Game noch ein bisschen was retten kann. Und dann kam ja die Bombe. Also Activision hat gesagt, ja Sledgehammer, ihr macht einfach einen Premium-Titel, nämlich ein neues Call of Duty, was eigentlich MW2 sein wird. Gleiche Engine soll irgendwie noch eine Kampagne bekommen, irgendeine Fortsetzung von MW2. Oder es wird dann heißen MW3 Remastered oder MW2.5 Remastered oder keine Ahnung, wie die das nennen. Und da haben sich ja einige von uns so gefragt, Alter, was für eine Scheiße ist das denn? Wie soll das denn funktionieren? Und ein Mitarbeiter von Sledgehammer Games hat ein Interview mit Charlie Intel geführt und hat ihm da ein bisschen was verraten. Wird jetzt ein bisschen weiß, Leute. Ich zeige es euch mal. Ich habe es leider nicht auf dem Black Screen irgendwie hinbekommen. Und das hier ist ein Auszug aus dem Bericht von Charlie Intel auf Twitter mit diesem Mitarbeiter von Sledgehammer Games. Jetzt müsst ihr euch mal reinziehen, was dieser Bericht eigentlich aussagt. Some current and former employees of Sledgehammer Games are worried about the schedule, which has given the company less than two years to develop the game. Also, einige Mitarbeiter von Sledgehammer haben so ein bisschen ihre Zweifel und Bedenken ausgedrückt, weil sie für diesen Premium-Titel, so nennt Activision das halt, keine Zeit haben. Und man möge mal daran denken, damals hatte Sledgehammer Games mit MW2 sehr viel Zeit und das erste halbe Jahr war einfach grausam. Es wurde dann besser, da waren die Spieler schon verloren. Sie hatten mit Advanced Warfare jetzt auch nicht den größten Erfolg. Und dann kam Vanguard zuletzt. Und Vanguard, wir erinnern uns alle an diesen Shit-Show-Act von Sledgehammer, wo sie irgendwie vom ersten Tag bis zum letzten Tag von Vanguard nur versucht haben, das Game zum Laufen zu kriegen, ohne dass da jetzt irgendwie großer Content kam oder dass irgendwie Leute angezogen hat. Das Setting war schlecht, also Vanguard, ich habe letztes Jahr gesagt, schlechter kann Call of Duty nicht werden. Da habe ich nicht gewusst, dass Infinity Ward das Ganze toppen möchte. Ja, es war meine Schuld. Ich war zu früh mit meiner Freude da, dass es nur noch positiv und bergauf gehen kann. Und jetzt sagt Sledgehammer, Leute, wir haben diesmal weniger als die zwei Jahre, die wir für Vanguard hatten. Da haben wir ein bisschen Kopfschmerzen mit, um das hier fertigzustellen. Im Bericht steht dann weiter, Also Sledgehammer sagt, ja, wir mussten damals schon echt viele Überstunden machen und er erinnert so ein bisschen dran, dass das Game jetzt auch nicht gerade perfekt war. So, und dann schreibt Charlie Intel, Er sagt also im gleichen Interview noch, ja, gibt ja ein bisschen Hoffnung. So, Treyarch, Infinity Ward, die großen Studios, die es eigentlich besser können, Infinity Ward kann man da rausnehmen mittlerweile, helfen uns ja dabei. Das ist aber ein Trunschluss, wenn man sagt, ja, ist doch gut, wenn eh alle dran arbeiten, geht es ja schneller. An Infinity Ward 9, MB2 haben auch alle gearbeitet und das ist mittlerweile normal. Deswegen gibt es ja auch durchgängig die gleiche Engine jetzt. Das heißt, auch das neue Call of Duty, Black Ops, wie auch immer es heißen wird, nächstes Jahr wird auf der gleichen Engine laufen wie jetzt. Die Engine ist sozusagen der Quellcode, der Ursprung des Games. Natürlich kann man mit dem Movement dies und das machen, aber alle sollen halt die gleiche Programmiersprache haben, dass es einfacher wird, für die Studios dran zu arbeiten. Das heißt, ein großer Hoffnungsschimmer, dass die anderen Studios mit dran arbeiten, ist es für mich ehrlich gesagt nicht. Was man aber an MB2 auch gerade am Multiplayer merkt, finde ich, ist, das ist auch schon wieder aufgegeben. Die haben das Geld damit gemacht, ab zum nächsten Game. Und normalerweise müsste ich euch jetzt warnen, aber ich möchte euch noch einen kleinen Ratschlag geben. Ich mache auch ganz schnell, Leute. Holi hat all den Bestand aus dem Herbst- und Wintersortiment jetzt rausgenommen und zu Spezialpreisen angeboten. Das heißt, bis 6. März könnt ihr da noch sehr, sehr günstig einkaufen. Zum Beispiel Doppelapfel, das ist ja Shisha-Apfel. Das heißt, jeder, der Shisha raucht, wird den Geschmack lieben. Das Ganze gibt es nur noch bis zum 5. oder 6. März. Das heißt, da könnt ihr jetzt aktuell richtig, richtig günstig einkaufen. Und dazu gibt es auch ein kleines Special. Die ersten 1000 Leute bekommen eine Überraschung mit dazu. Bei 30 Euro Bestellwert bekommt ihr, bei 30, 60 und 90 bekommt ihr Metalltube, was gerade für die Eisteesorten mega ist. Ihr bekommt noch einen Shaker dazu, einen Soundshaker und, und, und. Das heißt, ihr könnt trotzdem noch einen Rabattcode nehmen, denn jetzt kommen demnächst die Frühlingssorten. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe, dass irgendwann so Kiba kommt. Aber auf jeden Fall könnt ihr aktuell viel sparen. Das heißt, jeder, der sich nochmal mit den alten Sorten eindecken möchte, die jetzt wohl rauskommen, sollte das jetzt auf jeden Fall schnell tun. Ganz wichtiger Tipp. Auf jeden Fall, Leute, solltet ihr einmal gucken, weil der Support von euch gerade mit meinem Code ist unfassbar. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ihr so geil auf Holy seid, was mich aber freut, denn ich stehe da komplett hinter. Das heißt, für euch der Tipp, jetzt gerade einmal eindecken, bis die Frühlingssorten kommen, der Piranha vielleicht, und kann man da loslegen. Aber das Interview, Leute, geht noch weiter. Das heißt, all diese Pläne, die Activision vor, ich glaube, zwei Jahren mal gemacht hat, von wegen, ja, wir werden jetzt jedes Jahr oder wir werden jetzt immer nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus CODs bringen. Infinity Ward und dann wieder Treyarch, Infinity Ward, Treyarch und zwei Jahre Support. Ist alles, A, durch dieses Jahr schon wieder eigentlich hinüber, kann man sagen, weil letzten Endes, wir sehen es, MW hat jetzt nicht mal ein halbes Jahr geschafft und das nächste ist jetzt schon kurz davor, wieder released zu werden, weil sie noch mehr Geld haben wollen und sehen, dass die Leute nicht so geil auf das Game sind. Und das andere Problem, all diese Pläne, alles das, was jetzt passiert, kann mit dem Moment, wo dieser Deal mit Microsoft durchgeht, komplett vorbei sein. Aber es kann auch genauso beschissen weitergehen einfach. Das heißt, keiner weiß, was passiert, wenn Activision übernimmt. Keiner weiß, ob Activision am Ende übernimmt. Da gibt es so viele Hürden, die sie noch meistern müssen und so viele Fragezeichen. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie das Ganze ausgeht. Aber die Tatsache, dass Sledgehammer Games ein neues Call of Duty macht, macht mir persönlich echt Kopfschmerzen. Und ich kann euch nur den Tipp geben, jetzt warne ich euch einmal, kauft es nicht blind. Bestellt nicht vor, kauft es nicht. Ich persönlich verdiene Geld damit, euch diese Games vorzustellen. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich wirklich überlege, ob ich es mir kaufe, euch vorstelle. Einfach nur vorstelle und dann sage, kauft es euch nicht. Denn ich bin mir sehr, sehr sicher, egal was aus diesem Game wird, es kann mit der Entwicklungszeit und dem Zustand der Studios einfach nicht gut werden. Und ich bin es leid, dass euch und mir das Geld aus der Tasche gezogen wird, wie so einer fetten Kuh, die Milch abgesogen wird. Leute, was haltet ihr davon? Habt ihr irgendeine Hoffnung, dass da irgendwas Gutes bei ihnen steht? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich bin raus. Haut rein.